Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu der nächsten Podcast-Folge hier von den Bronze Guys. Und ja Leute, wir wollten heute mal ein bisschen über Tinder und LeVou-Erfahrungen sprechen. Ja, weil ihr wisst ja wahrscheinlich nicht, dass LeVou und Tinder kamen quasi zur Zeit raus, wo Mike und ich quasi wirklich in diesem Alter waren, sprich 18, 20 oder 21, wo die Apps quasi wirklich populär waren und viele das halt ausprobiert haben. Damals gab es doch noch keine Fakes und sowas. Ich beschreibe nochmal kurz für die Leute, die hinter dem Mond leben. Also Tinder-Leute ist wirklich eine App, wo man halt ein paar Fotos von sich reinmacht, ein Profil reinmacht und dann kannst du einen Radius einstellen, eine Altersklasse und dann siehst du halt Frauen, Frauenprofile mit Namen, die du entweder gut findest oder schlecht findest. Ja, wenn man die gut findet, gibst du denen ein Herz, wenn du die schlecht findest, gibst du denen ein Kreuz und je nachdem kannst du aber auch mittlerweile halt mit dem Handy, sagen wir mal, wischen. Das heißt, nach links zum Beispiel will ich nicht haben, rechts finde ich sympathisch, links ist nicht mein Typ, rechts finde ich sympathisch. Bei LeVou damals war das ein bisschen was anderes. Da muss man sich halt vorstellen so, dass man halt ständig auch dieselben Profile sehen konnte. Also es gab halt öffentliche Profile und dann gab es halt Profile, die auf unserem Profil gekommen sind. Die waren aber dann immer verschwommen. Weißt du noch, Maik? Die waren immer verschwommen, Leute. Das heißt, wir wussten nur, ja, S-Sternchen21 hat sich mein Profil angeguckt. Und jetzt kommt das Dreisteste. Damals brauchte man dann so Credits. Und Credits hast du bekommen entweder, also wirklich damals noch, Leute, vergleiche ich das jetzt nicht mit heute. Damals hast du diese Credits bekommen, natürlich erstens, wenn du Geld investiert hast, was ich niemals gemacht habe. Oder du hast dich irgendwie einmal am Tag eingeloggt, bekamst immer Bonus-Credits, hast deinen Account verifiziert, hast dich mit Facebook verlinkt und dann gab es halt noch so, also wie gesagt, das war so vor gut zehn Jahren, wo du so Apps runterladen konntest. Und dann hast du dafür, dass du diese App runtergeladen hast, manchmal so 30 Credits bekommen. Und du brauchst es 20, weißt du noch? Ja, oder Spiele bis Level 10. Genau, Alter, Spiele bis Level 10, Leute. Oder bis fünf oder sowas. Aber natürlich so Spiele, Leute, die keinen Menschen interessiert. Das waren so Spiele, wo sich alle so gedacht haben, so Bruder. Aber ja, wir waren halt arm, wir waren auch dreist, wir wollten nichts bezahlen und haben dann halt entweder gelevelt oder ich hatte dann gefühlt, weiß ich nicht, einmal am Tag mir vier, fünf Apps runtergezogen und das Schlimmste war dann, wenn das nicht funktioniert hat. Du hast dir die App runtergeladen, du hast aber die Credits nicht bekommen. Und du denkst dir so, Junge. Ja, hast du eine Stunde da da gehangen, ey. Und du hast einfach nichts vor. Danke. Also Leute, das war, du konntest natürlich, man konnte natürlich auch genau wie heute andere Frauen anschreiben, aber sie konnten dann entscheiden, ob sie die Anfrage annehmen oder nicht. Ich glaube, es hieß damals auch schon Icebreaker, aber jetzt. ist das Ganze wieder nochmal mehr mit Geld verbunden. Du kannst dann irgendwie auch fünf Icebreaker kaufen für fünf Euro oder so. Aber Leute, ich gebe euch nur als Tipp direkt von Anfang an, investiert auch heutzutage da kein Geld rein. Und ja, ich wollte euch auf jeden Fall von einer Tinder-Geschichte mal erzählen. Was heißt Geschichte, also Erfahrungen erzählen. Ich nenne diese Person jetzt mal Stefanie, weil ich wirklich keine Ahnung mehr habe, wie diese Person hieß. Und zwar geht es um das beste Beispiel, was man ja sehr oft heutzutage hört. Vertraut nicht alles, was man auf dem Bild sieht. Und ich habe damit halt wirklich zu 100% diese Erfahrung gemacht. Und zwar diese Stefanie, die hat irgendwie drei, vier Profilbilder drin, zweimal vom Gesicht, zweimal vom Oberkörper quasi bis zum Gesicht hoch. Aber sonst sah man halt so nichts. Also man hat halt gesehen, diese Stefanie, die war jetzt auch nicht super schlank oder so, was ich auch nicht schlimm fand. Ich habe dann halt mit der gematcht. Also wie gesagt, bei Tinder nochmal, Leute, muss man sich gegenseitig geliked haben, damit man überhaupt schreiben kann. Und das war halt dann bei mir und der Stefanie so. Und ich habe, glaube ich, erst eine Woche wirklich mit ihr geschrieben. Erst über Tinder, dann über WhatsApp. Und bin dann auch mal ein bisschen so auf Thema Figur eingegangen und so, weil sie mir erzählt hat, dass sie sehr groß ist. Und war wohl auch keine dumme Frau. Ich glaube, sie war schon im Studium, im Bachelor oder so, obwohl sie da auch 22, 21 war. Das heißt, sie hat sehr stark Gas gegeben. Aber sie hat mir gesagt, dass sie halt groß ist. Ich glaube, die war 1,85. Ich bin ja 1,96 Meter. Und ja, sie hat mich irgendwie auch nicht vorgewarnt oder so. Also ich sage mal so, Leute, wenn man anders, ein bisschen anders aussieht wie auf den Bildern, dann warnt jemanden vor, egal ob man jetzt den Mann vorwarnt oder die Frau vorwarnt, weil was ist dann halt irgendwann passiert. Und zwar, ich wollte mit dieser lieben Stefanie was trinken gehen. Hier in Aachen, in der Pondstraße. Das ist so ein Viertel, wo viele Studenten gerne mal einen Cocktail trinken gehen. Und die Stefanie hat mir dann aber abends gesagt, dass sie irgendwie von irgendeiner Betriebsfeier oder so, wo sie nebenbei gearbeitet hat, so müde wäre, dass sie irgendwie lieber zu Hause in ihrer WG was machen würde. Und ihre Freundin war nicht zu Hause. Also, denkt der Julien sich auch, mit irgendwie knapp 24 oder sowas. Let's go. Let's go, hört sich nicht schlecht an, ne? War ja ein nettes Mädchen, Leute, sage ich euch ganz ehrlich. Ich bin halt dann da hingefahren, war auch bei mir in der Nähe und hab dann da geklingelt. Und Leute, ich verachte keine dicken oder schwere Menschen, aber das Erste, was mein Gedanke war, als ich diese Person oben auf der ersten Etage auf der Treppe stehen sehen hab, war, da steht ein Pferd auf dem Flur. Also wirklich, das ging mir leider sehr stark durch den Kopf. Ich hatte damals auch noch zu Claudia einen sehr, sehr guten Kontakt, eine gute, ehemalige, beste Freundin. Und die war wirklich auch immer nur eine gute Freundin. Also da gab es keine Interesse dran für mehr oder auch für sexuelle Sachen. Also nix. Ja, auf jeden Fall, was macht man dann? Man steht da unten an der Treppe, guckt da hoch, denkt sich so, sieh am besten wieder raus. Nein, man ist ja gut erzogen worden, man hat ja Respekt, also geht man hoch. Man kann ja vielleicht auch ein netzes Gespräch haben, Leute. Aber für mich war auf jeden Fall klar, so optisch gesehen, erster Eindruck, war so ein bisschen, ja, leider so ein bisschen gebremst. Auf jeden Fall bin ich dann da hochgegangen, kurz um Abend, ne, ja, komm rein, dies, das, Jacke aufgehangen, Schuhe aus. Dann hatten die halt so ein Wohnzimmer. Wir haben uns da hingesetzt und so, sie hatten Wein getrunken, ich ein, zwei Bier. Und irgendwann, wie immer, Leute beim Bier, Jungs, ihr kennt's, platzt die Blase, dann musste man halt mal auf Toilette gehen. Und jetzt kommt aber dieser weirde Shit, Leute. Der weirde Shit kommt, und zwar, also erstmal, also ich bin auf der Toilette, ich komm halt wieder raus. Und anscheinend, das war halt so eine Altbauwohnung, und anscheinend gab es im Wohnzimmer auch eine Türe zu ihrem Zimmer. Also da war halt so ein Schreibtisch drin, ein großes Bett und so, zwei Nachtkommoden und so was, so relativ schlicht, gemütlich aufgebaut, eingerichtet. Aber, was für, was, was ein Zufall. Ich komm von der Toilette wieder und diese Türe zum Zimmer ist offen. Du guckst auf das Bett, die Lampen brennen, fehlte nur noch so das Kondom, so auf dem Kissen oder so. Und das hab ich noch vermisst. Dann wär alles so. Dann hätte mir so alles, hätte ich so gedacht, so. Ich weiß, was die Frau geplant hat, Jungs. Ja, auf jeden Fall, mir war dann relativ schnell klar, dass die Steffi oder Stefanie oder wie ich es jetzt genannt hab, dass sie auf jeden Fall, ja, nicht abgetan war von mir, aber ich leider von ihr. Und, ja, hab dann erstmal noch ein Bierchen mit ihr getrunken und so. Und dann dachte ich so, als hab das echt noch nie gemacht, Leute. Aber dann war halt der Moment, wo ich mir gedacht hab, Herr Julien, du musst dir jetzt irgendwas einfallen lassen, ohne dass du wirklich diese Frau frontest, verletzt, dass du irgendwie weg musst. Dass du, weiß ich nicht, morgens früh raus musst oder irgendwas isst, aber du kannst ja nicht diesen Frauen-Move machen. Ah, ich wurde angerufen. Ja, meiner Freundin geht's nicht gut, ich muss weg. Ne, was die Mädels ja eher machen so. Ja, auf jeden Fall war ich dann nochmal auf Toilette. Und dann hab ich halt so getan, dass, also, Stefanie, Steffi, falls du das gerade hörst, es tut mir leid. Aber ich hab dann halt so getan, als wär ich angerufen worden von der Arbeit, beziehungsweise sie hätten eine Nachricht bekommen, ob ich nicht morgen Frühdienst machen könnte. Ich war damals noch im Kinderheim angestellt, weil ich die Erzieherausbildung gemacht hatte. Und, aber ja, die hat das halt verstanden. Ich hab halt nur gesagt, hör mal, ich müsste jetzt gleich los, weil ich morgen doch schon um sieben Uhr im Heim sein muss. Das war irgendwie so zwölf Uhr abends oder sowas. Und ja, dann nochmal Tschüss gesagt, nochmal kurz gedrückt. Bin dann halt gegangen. Das Erste, was ich gemacht hab, war halt, der Klau, der kurze Nachricht geschickt, so, dass ich, weil die, ich war sehr gut mit ihrem Kontakt, man hat sich sehr gut ausgetauscht und sowas. Aber dann kam natürlich prompt die Nachricht bei WhatsApp von der lieben Stefanie und fragte von wegen, ob sie irgendwas falsch gemacht hätte. Stimmt irgendwas nicht? Weil Leute, wir Menschen sind ja nicht blöd. Wir spüren ja, wenn was ist. Und ja, auf jeden Fall, Leute, ich hätte auch am liebsten gesagt, sorry, du bist nicht mein Typ oder so. Aber ich hab dann erstmal nur geantwortet, ey, ist alles gut, alles klar, kein Problem und so. Aber ja, ich hab dann auch die nächsten Tage kaum noch mit ihr geschrieben und so ist dann der Kontakt halt flöten gegangen einfach so. Und deswegen, also wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele, also heutzutage auch sehr, sehr viele Fake-Profile, Leute. Lasst euch da nicht auf irgendwelche Seiten lotsen oder so. Aber ich hab halt eher so die Erfahrung gemacht, dass ich halt, ja, das, du siehst ja immer nur das Bild, Leute. Man lässt sich ja optisch auch sehr schnell täuschen, ne? Die Augen machen einem was anderes vor. Deswegen, am wichtigsten ist immer, sich das erste Mal mit jemandem zu treffen. Hat auch schon so Szenarien, da hab ich mich mit, mit einer Frau getroffen, ein paar Jahre später. Leute, die hatten Stimme, als würde sie nonstop am Heliumballon ziehen. Also, hey, hallo, Julien, hey. Und dann denk ich mir halt so, was ist da los? Ne, weil, ne, viele denken immer so, die Männer, die wollen ja nur bumsen oder sowas oder so. Ne, die wollen Hauptsache einen rein. Ich war nie One-Night-Stand-Fan und sowas, Leute. Aber wenn du ja jemanden vernünftig kennenlernen willst und du triffst die Person das erste Mal und optisch ganz gut oder, ja, weiß ich nicht, auf jeden Fall gefällt es einem, aber dann hast du so eine Stimme, hör mal, da brichst du ja psychisch zusammen. Ja. Also wirklich, ne? Und dann ist man dann auch so wie ich manchmal, der ist dann sehr gut erzogen, der dann am liebsten sagen würde so, hey, hör dich mal an, was ist los? Das geht nicht. Aber ich verbringe dann trotzdem Zeit mit denen, weil die ja vielleicht trotzdem nett sein können und so. Aber ich merke direkt in meinem Kopf, für mehr Leute, für mehr Kontakt und für eventuell Beziehungen aufbauen, ist das nichts für mich. Genau, Mike, was hast du auf dem Schirm? Erzähl mal. Die guten Fake-Profile. Naja, ja, also es gibt halt unterschiedlich, ne? Es gibt sehr viele Fakes, es gibt viele Leute, die schreiben mit einem, die sind oberflächlich oder so. Dann schreibt man jemanden an und irgendwie passt den Leuten nicht, was man so macht oder sowas. Also, ja, es gibt aber da halt auch Unterschiede, dass man halt Leute trifft oder beziehungsweise matcht oder man schreibt jemanden an, da kommt eine Nachricht zurück, man unterhält sich. Eventuell unternimmt man auch was, zockt oder auch so, ne? Im Freien. Draußen so mal in der Natur, keine Ahnung, trifft sich, ja, geht ein Bierchen trinken oder sonstiges. Es kann halt immer alles passieren. Also, ich selbst war halt auch schon drauf, damals mit dem besten Kumpel angemeldet aus Langeweile und dachte, komm, checken wir mal ab, ne? Vielleicht gibt's da ja irgendwen, mit dem man dann was machen kann. Mal am Wochenende ein Bierchen trinken oder so. Ja. Ja. Dann kickt die Langeweile so nach Jahren, dann denkt man sich, ja, komm, installier mal wieder, guck mal, ne? Vielleicht ist da ja jemand, kann sich mit dem unterhalten, mit der Person schreiben, ne? Vielleicht auch mal treffen, ne? Muss ja nicht immer mehr sein, ne? Man kann ja auch Freundschaften, sag ich jetzt mal, da suchen. Ja, aber da können natürlich auch Beziehungen entstehen. Man kann da positive Leute auch treffen. Ja. Meistens muss man halt leider entweder investieren oder halt warten, ne? Genau, meistens. Wie du schon am Anfang gesagt hast. Ja. Das ist halt das Problem. Ich hatte Gott sei Dank noch nie solche Geschichten, wo ich abhauen musste. Ich musste, ne? Ja. Weiter von ab, so. Bei mir ist es Gott sei Dank immer positiv gekommen, weil, ja, keine Ahnung, man hat halt irgendwas unternommen oder so. Ja, letzte Person, da hab ich halt gezockt mit der, also war eine Zockerin oder ist eine Zockerin. Die hast du auch über Lawu kennengelernt oder wo? Ja. Ja, genau. Und, ja, dann hat man halt miteinander gezockt, ein bisschen geschrieben und sowas. Irgendwann kam dann der Punkt, wo man sich das erste Mal getroffen hat. Dann hat man Langeweile gehabt. Na, was machst du so? Man trifft sich. Ja, also das war jetzt nicht so, dass wir bei Lawu dann geschrieben haben oder uns da kennengelernt haben, großartig, und sofort ab in eine Beziehung. Wir haben halt wirklich, also Lawu war halt nur dafür da, den Kontakt herzustellen. Der Start quasi erst mal, ne? Genau. Zum Kontakt. Genau, da kommt der Kontakt. Also man schreibt sich, hi, na, wie geht's, ne? Und dann hat sich das alles entwickelt, Nummern ausgetauscht. Der Rest wurde dann halt wirklich so privat gemacht. Sprich, man hat sich getroffen, ne? Man hat so ein bisschen vom Leben gezeigt, erzählt und so. Also erst mal schöne Freundschaft aufgebaut und die dann letztendlich zu einer Beziehung geführt hat. Ja. Ja, man sieht, Leute, es geht auch anders, ne? Und es geht auch, also viele suchen ja auch bei Lawu oder so zum Beispiel auch einfach nur, ja, also man sieht das ja öfter mal, ne? Was steht da in den Profilen? Dass man nur jemanden sucht, so zum Schreiben oder so zum Kennenlernen, aber halt nicht auf der Suche ist nach einer Beziehung und sowas. Ja, und so ähnlich war das quasi dann. Bei Mike, ne? Dass man halt dadurch erst mal nur generell den Kontakt geknüpft hat. Was jetzt daraus geworden ist. Natürlich die eine oder andere Sache. Ich habe halt jetzt auch nur einfach gemerkt, seitdem ich aktiv Social Media mache und ich dann jetzt etwas mehr als ein Jahr Single war, habe ich dann auch nochmal letztes Jahr im Sommer dann auch LeVue und Tinder nochmal ausprobiert. Und es ist halt heutzutage schon schwieriger geworden, glaube ich, ein Match zu bekommen. Oder halt mit jemandem in Kontakt zu treten, weil der Markt natürlich vollkommen überfüllt ist. Aber auch, weil wirklich auch Männer, aber halt natürlich für uns jetzt die Frauen, quasi für sich selber immer so einen perfekten Mann suchen. Genau. Also entweder, sag ruhig, sag ruhig. Viele sind auch oberflächlich oder sind halt, ja, nicht besser und belehrt worden, aber kennen halt die negativen Seiten davon und gucken dann halt zweimal, ne? Oder du hast was, Fotos da und nee, das passt mir nicht oder der macht das und das oder sowas. Ja, und zum Thema das und das, Leute, ne? Das ist nämlich auch das, was ich jetzt noch zum Schluss sagen wollte. Das ist nämlich, ich bin halt mit Social Media ziemlich öffentlich umgegangen, habe dann halt auch da reingeschrieben, dass ich sehr stark TikTok und YouTube betreibe. Auch vor allem natürlich jetzt, jetzt quasi heutzutage hauptberuflich. Und ich hatte zwar mal das ein oder andere Match und so, aber da ging es dann wieder um das Oberflächliche. Anscheinend hat es dann so gereicht, dass sie mich geliked haben. Aber sie wollten relativ schnell dann auch wissen, was ich für ein Content mache oder wie ich halt da heiße. Und ja, entweder wurden dann auf Tinder halt die Matches halt aufgelöst, ne? Oder es kamen dann halt die Argumente, dass das ja was Unsicheres ist. Und ich kann dir nur sagen, Leute, Social Media, also alles, was quasi an Selbstständigkeit betrifft oder der Start davon, es kann halt immer unsicher sein, ob du jetzt eine Firma gegründet hast, eine neue und so, ob du jetzt ein eigenes Produkt zu Hause zusammen bastelst oder halt ob du Social Media machst. Das ist halt alles immer gefährlich. Aber es ist halt ein Traum von mir und deswegen war mir halt immer wichtig, dass die Person, die mich dann auch kennenlernt, ja, dass sie sehr stark hinter mir steht und dann halt auch sagt, ey, alles cool, mach dein Ding, man kann sich ja trotzdem kennenlernen. Und das betrifft nicht nur Social Media, sondern Mike, sondern auch zocken, ne? Viele ist das so schlimm, wenn du, weil Mike, Leute, macht ja mehr Gaming als wie bei mir, so Richtung dieses Entertainment. Und für viele ist das ja immer dann so, ja, der Mike, der sitzt doch jeden Tag sechs Stunden an der Konsole und zockt. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. so, die wollen lieber einen Bauern, der acht Stunden arbeiten geht oder am besten einen Bankkaufmann oder jemand, der bei Mercedes jedes dritte Jahr ein neues Auto kriegt oder so. Ja, wobei das aber auch wieder diese Klischees sind, ne? Das ist wieder das, was die Leute denken. Ja, ja, ja. Man zockt, ja, jetzt gerade sitze ich auch viel und zockt, ne? Aber wo ich halt damals die Freundin mit Kindern hatte oder auch jetzt vor kurzem so, da standen Personen und auch die Kinder immer an erster Stelle, ne? Ja. Und das sehen die Leute halt nie. Aber wenn sie einen nicht kennenlernen... Man wird halt vorher schon abgestempelt, ne? Genau. Das ist halt so. Oder der macht Social Media, ne? Oder sonstiges so. Und sofort, tschüss, ab in die Schublade, weg. Also dieses Ausschlussverfahren ist heutzutage echt krass, Leute. Ja. Also, ich kann halt auch verstehen, dass halt viele nicht damit klarkommen. Vor allen Dingen, ich sage mal, Leute, die in unserem Alter sind, Frauen, die über 30 sind, die sind da, glaube ich, nochmal ein bisschen pingeliger und sagen dann so, ey, guck mal, normalerweise mit 30 fängt man an, langsam die Familie zu gründen, vielleicht sogar schon vorher bei manch anderen. Und ja, dann haben wir dann so einen Julien, der hier Social Media macht, der dann erstmal sagt, ich muss mich jetzt erstmal noch sehr viel darauf konzentrieren. Und wenn die dann halt bei Mike nur schon sehen, dass er zockt, dann hat er nicht mal die Möglichkeit, diese Person kennenzulernen, um halt vielleicht eine Familie mal zu gründen, ne? Ja, deswegen nochmal, Leute, großer Appell hier an die Zuhörerinnen oder falls ihr jemanden kennt, die genauso denkt, aber natürlich auch die Zuhörer, dass die, Leute, ich sage mal, ein Treffen schadet nicht, ne? Ein Treffen schadet nicht. Wenn man jemanden gut findet, wenn es jetzt, ich meine, es ist keine Schande, dich über Social Media kennenzulernen, beziehungsweise über Tinder, LeVou, heutzutage lernen die Menschen sich über TikTok und über Instagram und alles kennen. Alles gut und schön, aber Leute, stempelt die nicht direkt ab. Nehmt euch doch mal ein paar Stunden, man muss sich auch nicht den ganzen Tag treffen und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ja? Ich habe keinen Bock darauf, dass er auf Mike, dass er zockt oder der Julian, dass er die Leute hops nimmt. Ja, so ist es, ne? Nachrichten sind kostenlos, ne? Richtig. Und auch so, wenn man sich, wie du schon sagst, vielleicht mal trifft oder sowas, man sollte halt nie abstempeln, weil dahinter könnte sich was anderes verwellen. Nicht nur zocken oder Social Media, sondern auch, dass man sich Zeit nimmt für die Person dann. Richtig, Leute. Ihr wollt ja auch wissen, was dahinter steckt, ne? Ihr wollt ja wissen, Leute, was ist in seinem Herzen oder in ihrem Herzen, in ihrem Kopf, in seinem Kopf. Deswegen. Ja, hast du noch was oder passt, ne? Alles easy. Leute, Grüße gehen raus an die ganzen Zuhörer hier. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Genau, wenn ihr mal an die Leute, die das Ganze hier auf YouTube sehen, wenn ihr mal Ideen habt, über welche Themen wir sprechen können, wir sind, glaube ich, für alles offen, weil wir sagen ja auch, wir reden über alles. Schreibt einfach mal in die Kommentare und an die Zuhörer hier auf Spotify oder auf auf Demenz kickt. iTunes Podcast, Leute. Ihr könnt uns auch bei unter Mockerzeig oder halt unter eyjulian auf Instagram erreichen, falls ihr einfach eine Idee habt oder so, ne? Haut einfach raus, Leute. Alles klar, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.